Musik 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 Das ist ja irgendwas zum einsammeln? Wahrscheinlich... Ne... Oh komm ich ändere mit Schild Ich mach erstmal Granat Musik Scheiße Scheiße Scharfschütze oben Rechts einer mit Schild Beide down Ja ich hab ne Gesicht Musik Guck mal kannst du denn mit Schild in der Rückgeschieße hier? Bei mir? Deckung Aber kann ich damit? Ich war grad schon oben geschossen Da hättest du aber den Stuhl rumgeschossen Deckung G So die oben sind weg Mann Dieser Amedo her Ah da ist auch noch einer Ja Ach der... Der will noch was Jawoll Soll er schon Munition aussammeln Oh oh ja Da kommen noch mehr Bleib locker und sammelt die Munition ein Ja genau gewiss Ja Oh über dir küsst Juhu ich bin im Gegnerspawn Ja das hast du davon Ja das hast du davon Verdammt Ja super Musst mir helfen Rios Soll ich denn das mache Soll ich denn das mache? Das war nix Satz mit X Ja wer konnte ahnen dass die Gegner aus der Decke kommen Ja Hat aber gesagt es kommen noch die Gegner Ja super Soll der Leitersky Munition rum zum Entsammeln Die Schossen Das ist lustig Oh Sniper Oh Sniper Hab ich Hab ich Scheiße Schuss Ah die Oben Nerve Valkon aus Jetzt bin ich leer Jetzt bin ich leer Ich schieße die ganze Zeit mit dem Stohl Ach scheiße Oder mich Ja wieder die Flimmasche dann Die total überlaat sind Äh mit A Muss ich aufpassen wenn ich irgendwo ein Level neben der Kaffeemaschine stehe Wahrscheinlich du ich mit A dann auch noch ein Kaffee machen Ja werden wir helfen von Vorteil Mann Das war jetzt unnötig Das ist halt dumm Ich hab halt nur 90 Schuss Das ist sau dumm Ein paar Granate schmeißen Ja ich guck auf Wenn da jemand kommt So Ja ist er wieder bestraut Komm weg Und weg Und weg Und weg Uhhh Und weg 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 So Und weg Tja wenn sie mich fragen Ich bin dankbar Bis dann auf der anderen Seite Doc Und weg Und weg Und weg Und weg Und weg Sniper hab ich Und weg 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 Boom, hat's gemacht. Kettling, oh je. Guck mal, Chris, hier unten ist Munition, wenn du brauchst. Ja, freust du dich. Ach, deine Kette war doch, deine Kette war doch. Kollege. Ich schmoll dir deine hoch. Jetzt ist die Pistol-Arm. Ich schmoll dir deine hoch. Jetzt ist die Pistol-Arm. Jetzt ist die Frage, ob es jetzt so schlau ist. Ach du Bühne. Oh oh. Scheiße, das war klar. Du hast nicht lange überlebt. Ich komm schon. Ich hab erwischt, Salem. Jawoll. Ich komm. Jawoll. Ich komm. Ich komm. Hilfe. Hallo. Hilfe, Salem. So. Ich kümmer mich drum. Ich komm. Ja, Mann. Du kannst direkt Munition sammeln. Sack. Schon Munition aufgesammelt. Hier geht ganz viel rum. Ah, wunderbar. Das ist auch noch hier hinten am Auto. Oh, die Gatlin mit. Wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was kommt. Wer weiß, was kommt. Da ist die Straße von der Hushman. Wir sind auf dem Weg zur Mall. Ja, Shopping Mall. Oh, Alter. Schon wieder. Na gut. Gatlin wegwerfer. Ah, Shit, 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 Shit. Ja, so ein Schütz. Das hat mich erwischt. Bis heute noch eine Sekunde. So. Ab, ne? Da steht noch einer hinten dran. Oh, 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 oh. Frunty Fire. Ist schon aufpassen mit der Gatlin. Ja, Chris. Ich glaube, die sind tot. Ich wollte nur ein bisschen Agro sammeln. Der von der Mauer kommt, aus welchen. Ah, schade. Jetzt kann ich die Gatlin bestimmt nicht. Ach, guck mal da. Ah, jetzt muss ich so los. Ah, dann durch, dann durch aber. Ab, Mitte Lände. Jawoll. Ach, das muss ich noch leerschießen. Ach, Shit. Ah, ich weiß nicht. Ach, das war zu schnell. Ach, schade. Ja, Kapitel 4, erfolgreich beendet. Kleine Katze gefunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Katze, mal gar keine gefunden. Stimmt. Was sind das bitte für Spiele, Rot? Na gut. Man kann ja alles finden. Unklare Champions. Hä? Aber immerhin Champions. Was soll immer das bedeuten? Gut, damit beenden wir die Aufnahme. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss.